Unser Fototan-Verfahren und wie Sie davon profitieren. Das ist Herr Frank. Er leitet ein erfolgreiches Mittelstandsunternehmen. Dass da einige Finanztransaktionen zu bewältigen sind, ist klar. Für Herrn Frank ist das aber kein Problem, denn er verlässt sich auf die Commerzbank. Im Firmenkundenportal benutzt er für Zahlungsaufträge die Anwendung Global Payment Plus. Alle weiteren Transaktionen, wie zum Beispiel Wertpapierkäufe oder die Verwaltung der Festgeldanlagen, tätigt er direkt über das Firmenkundenportal. Das bedeutet für Herrn Frank allerdings auch, dass er mit mehreren Medien zur Autorisierung seiner Aufträge jonglieren muss. Doch damit ist jetzt Schluss. Dank der Fototan. Das Fototan-Verfahren ermöglicht es Herrn Frank, seine Transaktionen nur noch mit einem Medium zu autorisieren. Egal ob im Firmenkundenportal oder in der Anwendung Global Payment Plus. Aber wie funktioniert das? Statt wie bisher mit der PIN oder dem Signaturstick, kann Herr Frank seine Transaktionen und Zahlungsaufträge mit der Fototan freigeben. Dazu scannt er einfach einen farbigen Barcode, der dann in eine TAN-Nummer umgewandelt wird. Das macht er entweder mit seinem Fototan-Lesegerät oder mit der Fototan-App auf seinem Smartphone. Einfach, sicher und schnell. Das Lesegerät hat Herr Frank jetzt immer dabei. Und alternativ kann er auch die Fototan-App auf seinem Smartphone nutzen. Kombiniert mit der Cash-Management-App kann er so auch mobil Zahlungen freigeben und sich über seine Kontostände informieren. Mit dem Fototan-Verfahren kann Herr Frank seine Transaktionen jetzt schnell und einfach von überall abwickeln. Wie Sie am Fototan-Verfahren teilnehmen können, erfahren Sie unter www.firmenkunden.commerzbank.de oder Sie bestellen Ihr Fototan-Lesegerät bequem online. Hierfür locken Sie sich im Firmenkundenportal ein. Unter der Rubrik Verwaltung finden Sie dort das Bestellformular.